So groß ist das Ziel. Ungefähr Menschengröße würde ich sagen, wenn er sich duckt oder was, also Torsogröße. Wir schießen mit einer Gaswaffe auf 42 Meter. Bin mal gespannt, wie das funktioniert. Keine Ahnung, wieviel Schuss das waren. In Ordnung, wir haben jetzt das andere Hop-Up-Gummi eingebaut. Bis zum nächsten Mal.